Hi Leute, herzlich willkommen beim Schachpanda. Schön, dass ihr da seid. Ich werde euch heute meine schönste Partie aus dem Nikolaus Team Battle vorstellen. Eine wunderschöne Partie, schöne Angriffspartie, meine kleine und sterbliche. Viel Spaß damit. Das Nikolaus Team Battle war ein geiles Event mit über 600 Teilnehmern. Ich selbst habe ein sehr interessantes Schach gespielt, nicht so viele Punkte geholt wie erhofft, aber dafür habe ich diese Partie gespielt. Eine kleine, ohne mich selbst zudere zu loben, aber schon eine kleine Glanzpartie. Und schauen wir uns das mal an. Mein Gegner hatte hier ungefähr 1820 gewertet. 5 plus 5, D4, D6. Läufer F4, ja Läufer F4, so ein Aufbau Londoner System, ist gegen D6 nicht so ratsam, weil gegen diesen D6, da greift, da beißt er auf Granit. Das ist tatsächlich das System, wo es am wenigsten effektiv ist. In allen anderen Systemen kann man das gut machen, aber hier verspricht das nicht so viel. Man kann es natürlich trotzdem machen, das ist hier alles noch nicht entscheidend. C6, mit der Idee, mal so da mit B6 und den kleinen Nachteil, nachweisen dieses Läuferzuges, dass dieser B2 mal hängt. Sprenger D2, jetzt ist das auf jeden Fall keine so gute Idee, weil Weiß den entweder immer so oder so verteidigen kann. Und selbst wenn man den hier irgendwie kriegt, kann es sehr gefährlich werden. Aber nach Dame B6 ist jetzt einfach sowas wie Sprenger B3 zum Beispiel möglich. Sprenger D7, Sprenger F3, G6. H4 sehr aggressiv, mit der Idee hier früher A5 zu spielen. Und wenn man nicht möchte, dass Weiß das macht, ist es immer eine Idee, einfach H5 gegen zu spielen. Allerdings schwächt das natürlich auch so ein bisschen den eigenen Königsflügel. E4 besetzt das Zentrum, Läufer G7. C3 stabilisiert sich erstmal da ein bisschen, soweit alles in Ordnung. Springer F6. Läufer D3, Weiß entwickelt sich. Dame C7, ein bisschen riskant in diese Diagonale zu gehen. E5. Sieht logisch aus, hier jetzt einfach vorzugehen im Zentrum. Springer D5 greift den Läufer an. Jetzt tauscht er hier zwischen. Das ist eine sehr gute Idee. Meine Dame hängt. Das ist der Nachteil von Dame C7. Ich nehme hier wieder und jetzt kriegt er dieses Damenschach. Und hier steht Weiß sicherlich jetzt einfach schon besser, weil ich ein kleines Problem habe mit meinem König. Ich kann hier nicht so gut was dazwischen setzen. Und jetzt muss ich meinen König ziehen. Ich bin jetzt nach D8 gegangen. in der Hoffnung, dann Turm E1 einstreuen zu können. Weil er jetzt Angst vor... Also jetzt hängt sein Läufer und natürlich Turm E1 droht. Und deswegen spielt er jetzt hier Läufer E3. Sehr logisch. Allerdings wäre hier Läufer G3 vielleicht ein bisschen besser gewesen. Hält Druck hier. Und auf Turm E8 kann man immer noch was auf E4 dazwischen setzen. Denn F5 scheitert dann an sowas. Aber das ist einfach zu taktisch. Und deswegen Läufer E3 ist hier der logische Zug. Ich spiele jetzt Turm E8. Gehe sofort in diese E-Linie rein und bereite mal Springer F4 vor. Er rochiert lang. Das ist absolut logisch bei seinem Aufbau. Springer F4 hätte ich jetzt vielleicht gleichziehen können. Aber ich wollte mich jetzt mal weiterentwickeln. Er spielt jetzt Springer G5. Er schaut mal Richtung F7. Aber der ist noch gedeckt von der Dame. Jetzt spiele ich Springer F4. Greift den Läufer auch an. Und deswegen der einzige Zug ist jetzt Dame F1. Und der Grund, warum ich jetzt Springer F5 spiele, sehen wir gleich. Ich tausche den jetzt. Und jetzt kriege ich mit Tempoläufer F5. Jetzt kriege ich mit Tempoläufer hier noch einen Entwicklungszug rein. Und der Läufer steht hier sehr schön in dieser Diagonalen. Dame E2. Jetzt vertreibe ich diesen Springer. Den muss ich hier unbedingt mal vertreiben. Der nervt sehr. Dieser Druck gegen F7. Irgendwann vergesse ich das noch. Und dann hängt der. Deswegen vertreibe ich den hier. Der Springer geht jetzt zurück nach H3. Da steht er erstmal ein bisschen am Rand. Allerdings, wenn er es schafft nach F4 zu gehen, da steht er sicherlich ganz gut. Hat D5 im Blick. Hat E6 im Blick. Hat G6 im Blick. Und deswegen spiele ich jetzt hier Springer D5. Um auch auf dieses Feld zu gehen. Damit er vielleicht nicht so einfach Springer F4 spielt. Er spielt jetzt Dame C4. Und damit fängt er jetzt an vom Weg abzukommen. Dame C4 verstehe ich hier nicht so ganz. Man hätte vielleicht einfach sowas spielen können wie Torm E1. Dame F3. Erstmal die Figuren in die Mitte setzen. Hier haben beide Seiten lang rochiert. Da ist nicht so viel mit Königsangriff. Erstmal einfach die Figuren ins Spiel bringen. Ist ja sicherlich ein guter Plan. Dame C4 rennt so ein bisschen. Gibt mir jetzt einfach die Möglichkeit B5 zu spielen. Und zu sagen, ich greife jetzt hier trotzdem ein bisschen an. Dame B3. Und jetzt konsequent weitermachen. A5. Und ihr seht jetzt, mein Läufer ist hier sehr stark. Der Läufer noch nicht. Aber vielleicht erwacht er mal. Oder kann irgendwann mal über die Diagonale kommen. Und die weißen Figuren. Da spielen auf jeden Fall noch ein, zwei nicht mit. A3. Ja, eine Idee ist natürlich jetzt A4 zu spielen. Und die Dame da noch schlechter zu stellen. Allerdings, ich wollte die Stellung öffnen. Und mit A4 ist es dann schwierig, so einen Hebel wie B4 zu spielen. Und deswegen habe ich mich jetzt hier entschieden, B4 zu spielen. Mit der Hoffnung, dass hier die A-Linie aufgeht. Und dann wäre auch gleich mein Atom aktiv. Er spielt jetzt C4. Ja. Und jetzt beginnt eigentlich der schöne Teil der Partie. Bis hierhin alles nochmal. Und jetzt geht's los. C4 hat einen kleinen, ja es gibt jetzt einfach einen schönen Zug für Schwarz Ziel. Hier könnt ihr mal gucken und versuchen euch mal ein bisschen das Video anzuhalten. Und mal eine schöne Idee für Schwarz zu finden. Ich verrate es euch. Es ist jetzt gar nicht so eine taktische Idee. Sondern man kann jetzt hier schön A4 als Zwischenzug spielen. Die Dame, schaut mal, die hat kein Feld mehr. Die muss nach A2. Und jetzt könnte ich jetzt schon B3 spielen. Und schaut euch mal diese Dame an. Eine ganz traurige Dame. Kein Feld mehr in der Ecke. Das wäre eine Idee gewesen. Und ja, aber hier habe ich jetzt einen anderen Zug gesehen. Ich habe jetzt erkannt auf einmal, dass Weiß hier gar nicht nehmen kann. Weil dieses Schach in der C-Linie zusammen mit dem Läufer schon vernichtend ist. Und ich hatte jetzt viele Ideen. Natürlich kann man hier auch sich überlegen, auf E3 zu nehmen. Aber in so einer Stellung denke ich mir zum Beispiel, ich will den gar nicht nehmen. Dieser Läufer, der ist schlecht. Mein Springer ist eigentlich sehr gut. Mein Tor ist sehr gut. Vielleicht entlaste ich ihn da ein bisschen mit. Also klar, es wäre einfach ein Meerbau. Man hätte ihn mitnehmen können. Insbesondere kann man noch sowas noch Läufer H6 spielen. Und den Läufer noch ins Spiel bringen. Auch das wäre gegangen. Und ich habe aber eine andere Idee auf einmal entdeckt. Dieser Zug sieht sehr merkwürdig aus. Aber ich habe auf einmal Tor B8 gesehen. Und dachte mir irgendwie, den muss ich spielen. Die Idee davon ist, wenn zum Beispiel Weiß Tor E1 spielt. Habe ich jetzt so ein bisschen geträumt von Springer C3. Auch sehr wild, wenn Weiß den nimmt. Und jetzt ist das die Idee von Tor B8. Ich drohe sowas wie Tor B2, Tor C2. Also Tor B2 ist schon, ja, als nächstes. Also wenn Weiß jetzt zum Beispiel nichts geht, reißen. Sagen wir, er spielt Springer F4. Würde ich mir hier eben durchaus überlegen, Tor B2 zu spielen. Mit der Idee, hier in Tor C2 zu drohen. Das muss Weiß wahrscheinlich schon die Dame opfern. Kriegt natürlich ein bisschen Material dafür. Deswegen hier dieser sehr merkwürdig aussehende Zug Tor B8. Andere Idee ist natürlich, vielleicht auch hier zu tauschen. Und trotzdem die B-Linie aufzumachen. Ja, und was soll Weiß? Weiß hat hier keine guten Züge einfach. Weiß, meine Figuren stehen alle aktiv. Er nimmt jetzt tatsächlich hier. Und jetzt schaut euch an. Die C-Linie, dieses Schach ist schon vernichtend. Und er spielt Springer C4. Und jetzt der nächste Zug. Von Schwarz war für mich jetzt ganz klar. Ich wollte natürlich, wie gesagt, die B-Linie öffnen. Aber jetzt B3, um die Dame hier abzuschneiden. Und jetzt muss sie nach A1. Ja, was mache ich jetzt? Dame C4 sieht natürlich nach dem logischen Zug aus. Und ist natürlich auch gut. Und hier steht Schwarz schon völlig auf Gewinn. Die Frage ist, wie gewinnt man das jetzt? Gerade bei so einer 5-plus-5-Partie. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich tappe mich auch immer mal wieder, dass ich die Sachen nicht perfekt verwerte. Und hier habe ich gemerkt, hier will ich es jetzt bald beenden. Und vielleicht suche ich was Stärkeres. Es gibt diesen Spruch, wenn du einen guten Zug siehst, suche einen Stärkeren. Und ich habe gesehen, der Springer auf C4, der hängt ja sowieso. Und den kann er gar nicht retten. Und habe jetzt hier einen kleinen Zauberzug ausgepackt. Ihr könnt ja mal das Video einhalten und überlegen, was ihr sonst spielen würdet. Ob ihr da mit C4 spielen würdet oder andere Züge seht. Hier gehen tatsächlich viele Züge. Ich habe aber, ja, also was ist die Idee? Das Problem, wenn ich jetzt da mit C4 spiele, er muss natürlich hier raus. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier einen Schach geben und der kann hier raus. Und mein Torb steht schon in der E-Linie, aber sein Läufer steht ja noch ein bisschen im Weg. Und deswegen habe ich jetzt diesen Zug Läufer H6 gespielt. Ich dachte mir, wow, geil. Dieser Läufer kommt ins Spiel und wenn Weiß den jetzt nimmt, folgt genau das, was wir gerade gesehen haben. Nur, dass jetzt die E-Linie auf ist und es ist matt. Und Läufer H6 macht natürlich auch super Druck auf diesen Läufer. Und jetzt drohen so eine Geschichten, wie Tom schlägt da rein. Und dann kommt der Läufer hier rein. Und hier hat Weiß tatsächlich nur einen Zug, um das matt zu verhindern. Also ihr seht, ich habe hier schon eine Figur geopfert. Hat ein Opfer hier gerade die zweite, aber Weiß kann die nicht nehmen. Und Weiß hat nur einen Zug und der spielt hier den besten Zug, König D2. Er muss hier raus. Ja und jetzt ist es an der Zeit, den Springer zu nehmen. Nicht, dass der am Ende wegzieht und ich den nicht mehr bekomme. Es droht immer noch viele Sachen auf E3. Weiß spielt jetzt wieder einen der besten Züge. Und zwar Dame C1. Er holt seine Dame zur Verteidigung ran. Wie spielt man das jetzt weiter? Jetzt ist wieder ein wichtiger Moment, wo man, denke ich, einfach so sehen muss, dass man die beste Zugfolge findet. Weiß hat sich hier gut verteidigt. Aber ich muss eben am Drücker bleiben. Und das habe ich jetzt gut gespielt. Ich habe jetzt hier auf E3 genommen. Er nimmt wieder, spielt dieses Schach und nimmt noch mit dem Turm auf E3. Der einzige Zug ist König F2. Wie geht es weiter? Ja, hier gibt es jetzt zwei Schachs. Turm oder Dame. Schwierig. Ich habe mich jetzt hier für die Dame entschieden. Einfach aus dem Grund, weil die Dame ja sowieso angegriffen ist. Dann habe ich sie schon mal rausgezogen. Noch stärker wäre es gewesen, dieses Schach zu geben. Wenn der König jetzt nach G1 geht, kommt Dame G3. Es droht Matt auf G2 und das hat schon Probleme. So decken kann er nicht wegen Läufer H3. Und ich habe da weiter Druck drauf. Also das bringt nichts. Und er kann ihn nicht nehmen wegen Matt auf G2. Und danach kommt Turm G2 ganz vernichtend. Deswegen schlägt der Computer hier noch Springer F4 vor. Aber jetzt kann ich Turm C2 spielen und die Dame, die den Springer deckt, muss weg. Und danach fällt der Springer. Das wäre noch ein bisschen stärker gewesen. Aber natürlich bei so einer Zeit einfach schwer zu sehen. Ich spiele hier Dame E2. König G1 und Turm G3. Ihr seht dieselbe Idee. Allerdings findet er jetzt auch Springer F4. Warum ist diese Stellung auch so stark für Schwarz? Schaut mal zum Beispiel dieser Turm. Dieser Turm spielt einfach nicht, überhaupt nicht mit. Schwarz hat hier im Prinzip einen Mehrturm gerade. Springer F4. Jetzt geht er eben gut und greift meine Dame an. Aber kein Problem. Ich kann hier Dame C2 spielen. Setze leider nicht mehr direkt Matt. Aber falls der Damentausch kommt, dann kriege ich hier einen riesen Freibauern auf C2. Und weiß hat auch ein Problem. Der Springer. Könnt ihr gleich mal hängen. Das werden wir nämlich sehen. In dieser Stellung ist es schon nicht ganz klar, was er machen soll. Er spielt König H2. Sieht logisch aus, rauszugehen. Und jetzt kommt nämlich Turm G4. Und jetzt sehen wir die Idee. Ich tausche gleich die Damen und dann hängt der Springer. Und auch der H4 hängt. Ja, was soll Weiß hier machen? Er tauscht jetzt hier die Damen und deckt seinen Springer. Er hält das Material fest. Aber die Stellung ist trotzdem völlig verloren. Dauert nicht mehr lange. Turm B2. Mit der Idee vor allem auch mal Turm B1 zu spielen und mir diese Dame zu holen. Aber auch eine andere Idee. Ich mache hier diese Linie auf. Und er spielt jetzt Springer D5. Und wenn ihr wollt, haltet jetzt das Video an und findet mal den Weg, wie schwarz hier matt setzt. Ich habe diesen Weg gefunden. Es ist ein Matt in 4 tatsächlich. Und ja, ich verrate es euch, was ich hier gespielt habe. Ich habe es euch hier eben schon ein bisschen angedeutet. Das ist die Idee hier. Und deswegen ist hier der stärkste Zug, sich einfach eine Dame zu holen. Und es droht jetzt Matt. Und ja, was soll der Computer noch spielen? Der Computer sagt hier, das ist noch die beste Fortsetzung. Turm A4, König G3. Dame G5, König F3 und Läufer E4. Ein sehr schönes Matt, was der Computer hier sieht. Das wäre eine Computerfortsetzung. Mein Gegner hat hier aufgegeben. Was wäre die natürliche menschliche Fortsetzung? Er nimmt hier, ich nehme hier und setze ihn Matt. Und ja, wie gesagt, das Team-Battle lief punktemäßig für mich suboptimal. Aber diese Partie hat alles rausgerissen. Für mich, ja, einfach, auch der Computer bestätigt mich in all meinen Zügen. Und das ist natürlich geil, so eine Opfer zu spielen. Und das bei so einer 5 plus 5 Partie. Mein Gegner hat sich allerdings sehr gut verteidigt. Muss man sagen. Er hat sich trotzdem noch sehr gut verteidigt. Und hat mich weiterhin gefordert. Und ich musste weiterhin gute Züge finden. Und ich habe das mal durchgezogen. Das ist eben auch bei so einer Opferpartie manchmal schwierig, das durchzuziehen. Auch wenn man ihn nicht matt setzt, dann immer noch die besten Wege zu finden. Die besten Abwicklungen, damit man dabei gut rauskommt. Ich hoffe, euch hat die Partie genauso gut gefallen wie mir. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen da, einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch den Kanal. Klickt auch mal die Glocke an und klickt mal auf Benachrichtigungen alle. Wenn ihr wollt, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Und ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, euer Schachpanda. Ciao. 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 Ciao.